Hi, Miss Selman. Jacob, das ist deine Babysitterin Kelly. Manchmal kommt nachts das aus meinem Aquarium. Ich hab das Gefühl, es will mich holen. Aber Mom sagt, es ist nur ein Albtraum. Weißt du, ich kenn mich mit Albträumen ganz gut aus. Wirklich? Ja, manchmal fühlen sie sich echt an. Weitliche Angeln. Aber sowas wie Monster gibt es nicht. Was geht ab, Rhode Island? Du und ich werden deine Albträume auf die ganze Welt loslassen. Toadies? Jacob! Polizei, diese Dinger haben gerade ein Kind entführt. Hallo! Wer bist du? Liz LaRue, Babysitter. Wir haben ein Albtraum-Signal empfangen. Spring auf, die Zeit läuft. Willkommen in der Zentrale der Babysitter. Wir sind Teil einer super geheimen Organisation und es gibt seit tausenden von Jahren. Wir alle haben Monsterangriffe hinter uns. Darum sind wir hier, um dafür zu sorgen, dass kein Kind erleben muss, was uns passiert ist. Das ist der Booyah-Bär. Booyah! Hör auf, sie beeindrucken zu wollen. Das will ich gar nicht. Unsere Mission ist Jacob Selman. Wir haben drei Stunden, bis seine Mom zurückkommt. Also gehen wir Monster jagen. Ja! Ja! Willkommen in meinem Albtraum-Kinderzimmer. Dein neues Zuhause. Toadies? Lasst unsere neuen Freunde auf die Welt los. Sofort! Snaggles! Was wir hier tun, das ist wichtig. Booyah! Trouble's coming. nicht mit dem, das ist kein群la Иg. Ich kann es nicht mit dem, das ist wichtig.